Ich möchte jetzt bloß mal das eine sagen, aber zunächst das andere. Neue Pfade beschreiten mit gescheitem Schuhwerk und Schrittzähler. Und Kompass, man will ja sich über den Räum fänden. Auf jeden Fall. In der Technologie macht der Fortschritt keinen Halt, der geht weiter und schleppt die Technologie mit sich hinterher. So auch in der Videotronik. Und zwar, ein neuer Geschäftstätigkeitsfeldplan hat sich akkurat ad hoc aufgetan. Orale Videografie. Jetzt bist du mal gerade vorsichtig, das sind jetzt keine Schweinereien oder sonstige unflätige Abhandlungen geplant, gell? Orale Videografie ist, uff, da haben wir, guck mal, jetzt, das hat es noch nicht gegeben. Ohr gucken und ein Gäschle sprechen. Das ist praktisch biometrisch. Die einzige Gesundheitsgefahr, die mir eventuell droht, könnte sein, dass das andere Ohr Schaden nimmt. Da müsste ich dann zu einem Doktor gegangen sein zu haben mögen dürfen. So, das ist jetzt für angehende Germanisten zweite bis dritte Person singular, im preritorialen Plusquamperfekt und ansonsten Rhesus negativ. Wer es nicht geschnallt hat, kann sich melden, schick es ein paar Facts. Wer es nicht geschnallt hat, kann sich melden, schick es ein paar Facts.